Wiesen International wird präsentiert vom Matthäser Filmpalast und dem Gloria-Palast, Münchens exklusivem Premium-Kino. Also er kommt aus Indien, die restliche Gruppe ist aus der Schweiz. Ich zähle jetzt mal Indien, 6700 Kilometer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das toppen kann vom Schorsch. Ich schaue mal noch weiter und probiere noch eine weitere Anreise zu finden. Hello guys, what's your name? Rebecca, Kat. I'm Kat. And where are you from? Australia, Sydney. Australia, Sydney. Dann schauen wir mal. Aus Sydney haben wir 16300 Kilometer. Okay, that's very far. Very far away. Ich glaube Emma, das kannst du nicht schlagen. Die Challenge müsste ich gewonnen haben. Where are you from? We're from California. From California. Do you know how many Kilometer it is to come here? No. No, we flew by jet, so we didn't walk. But it's very far. Very far, correct. Also Sie kommen aus Kalifornien. Ich schaue mal ganz kurz nach. 9394 Kilometer. Es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Anzahl. Ich hoffe, dass ich damit den Schorsch toppe. Und jetzt schaue ich mal, wie es bei dem lief. So, Schorsch, und wie lief es bei dir? Ja, ganz gut. Ich habe einige Kilometer zusammengebracht. Ich auch. Wir hatten ganz viele Italiener dabei. Viele aus Spanien, aber das ist ja nicht so weit weg. Was war dein weitestes? Tatsächlich habe ich welche aus Australien, Sydney gefunden. Und das waren sagenhafte 16.300 Kilometer. Und ich wollte mir nicht 2.000 Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist der Sieg. Auf jeden Fall. Ich hatte welche aus Kalifornien. Das waren so 9.000 Kilometer, aber mit 16.000 kann ich auf jeden Fall nicht mithalten. Also Glückwunsch, der Tagessied geht heute an dich. Ja, endlich amoi. Bis zum nächsten Mal.